Hallo YouTube-Welt! Herzlich Willkommen zu myself zockt heute wieder einmal mehr, Train Fever und wir schreiben das Jahr 1915. Ein geschichterträchtliches Jahr in der realen Welt, aber im Train Fever bei mir da nicht wirklich, weil ich mache nur Schulden. Nein, das stimmt nicht. Ich habe mich hochgekämpft auf einen akzeptablen Betrag und verdiene hier überall ein wenig Geld. Ich gebe aber auch Geld aus. Und zwar gebe ich eigentlich viel zu viel Geld aus, das ist mir auch bewusst. Darum stoppen wir jetzt mal ein paar Sachen und sparen. Aber ich will diesen Zug hier haben. Ich muss ihn einfach irgendwie im Auge behalten, weil ich will wissen, wie viel er mir macht pro Fahrt. 171'000, das ist ja nichts. Was will ich mit 171'000? Du musst mir etwas Vierfachen machen. Dann kann ich etwas damit anfangen. Und diese Öllinie da, die muss auch so schnell wie möglich ersetzt werden durch eine Zuglinie. Das steht schon irgendwie seit 1880 auf meiner To-Do-Liste. Und ich habe die einfach noch nicht abgearbeitet. Und weisst du was? Da machen wir jetzt auch mal schnell ein Nein. Und da machen wir jetzt auch mal schnell ein Nein. Gut, da haben wir noch eins, zwei, drei Rösser, die ich ersetzt sehe. Sobald ihr mal leer seid, klicke ich euch nämlich ins Tempo. Gut. Du kommst jetzt dann hier gerade an. Das ist ja wunderbar. Da kann ich dich ja gerade heimschicken. Zack, tschüss. Oh nein. Nein, nein, nein. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, weil du bist gerade ersetzt worden. Kann ich dich wieder Linie zuweisen? Ja, sehr gut. Was ist das? Welche Linie? Äh, Erznach. Erznach, Erznach, Erznach. Wo, wo, wo? Äh, Kachambus, Güter, ABC. Da, Erznach. Gut. Puh, Glück gehabt. Ich habe nicht gedacht, dass du gerade ersetzt wirst. Jetzt haben wir da nur noch eins Rösser und das wird jetzt sicher auch gerade ersetzt. Jawohl. Gut. Lassen wir laufen. Ist okay. Aber ich mache da wieder ein Nein. Und da können wir auch ein Nein machen. Bene, 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 bene. Alles auf. Alles im Lot. Alles im Lot. 244'000. Das ist nichts. Das ist nichts. Das ist nichts. Das ist gar nichts. Da muss mehr kommen. Da muss eindeutig mehr kommen. Wahrscheinlich müsste eben auch mehr kommen von diesen Trams hier. Und das bedeutet, dass ich... Aber ich habe da eben keine Zugverbindung. Also, solange ich da keine Zugverbindung habe, lohnt sich das eigentlich auch nicht gross, da zu investieren. Und er... Hey, die... Die keibe, gelbe Säge, da Buslinie 1, die... Ab dieser Verzweiflung, du. Wirklich. Ab dieser Verzweiflung. Ich weiss echt nicht. Jetzt aber echt nicht. Was ich denn da noch verbessern kann, dass da mal endlich eine profitable Linie daraus wird. Hilf mir. Gib mir einen Tipp. Egal wer. Gib mir einen Tipp, was soll ich machen. Wie kann ich diese Säge-Godo-Buslinie 1, die so schön gelb ist, profitabel machen? Ich check es nicht. Echt jetzt. Ich check es nicht. Ich meine, ich gehe durch das Industriegebiet. Ich gehe durch... Was ist das? Geschäftsgebäudegebiet. Ich gehe durch das Wohngebiet. Und erfülle eigentlich... Meines Erachtens. Alle Kriterien, die ich brauche, ausser den Freizeitbereich, okay. Aber die Linie will nicht rendieren. Das heisst, jetzt probiere ich etwas anderes. Ich mache Umsteigstationen. Halt, geben wir das nochmal. Jetzt machen wir aber schnell ein bisschen längsamer. Ähm... Wir machen ganz langsam Umsteigstationen. Das heisst, ich tue... Da... Eine Linie. Ähm... Geben wir die Linie 2 auch schnell. Ah, das ist nicht... Wo bist du? Da ist die Linie 2. Äh, komm. Ich will dich schnell sehen. So. Aber du fährst ja schon dort oben durch. Du fährst ja da schon oben durch. Also in der dritten Linie nützt mir da... nichts. Ich könnte da oben durch. Ich könnte da oben durch. Okay. Und dann? Was bringt mir das? Nichts. Ich könnte da oben durch. Und dann? Da hinten. Und dann? Und dann? Weisst du was? Jetzt mache ich jetzt mal etwas anderes. Ich reisse da eine Strasse ab. Weil die nervt mich. Die. Okay. Zack. Einfach weg. Also. Ich möchte eine Linie haben. Da. So. 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 Jetzt habe ich sie schon fast vergessen. Ich muss sie schnell machen. Ähm. Also. Einfach. Einfach, dass ich sie mal gemacht habe. Saint-Gaudan. Bus. 0. 0. 3. Und du gehst mir. Von. Da. Kommt. Von da. Nach. Da. Aha. Aha. Da gibt es gar keinen Durchgang. Ha! So. Nein. Dann nehme ich mir das 2 wieder weg. Dann gehst du. Ähm. Äh. Das 2 halt. Da. Aber da habe ich glaube keine. Mal. Ich habe eine. Da. 2. Ähm. 3. Nein. Das will ich nicht. Ich habe eigentlich gesagt. Ich will hier durch. So. Nein. Nein. Da runter will ich. Da runter will ich. Ähm. Die kommt wieder weg. Also. Du kommst da. Und haltest. Da. Gib mir eine Haltestelle. Da. Und dann fährst du da. Und haltest du. Und haltest du hier. Und dann fährst du hier runter. Haltest du hier. Haltest du hier. Oder haltest du. Nein du haltest du. Nein. Du fährst hier runter. Haltest du. Und dann fährst du hier runter. Mal schauen. Also. Haltestelle hinzufügen. 1, 2, 3, ihr könnt ja hier umsteigen, 4, 5. Also da können sie umsteigen, da runter, die kommen ja hier rauf, die wollen, da umsteigen, da und dann da rauf, ok. Ich probiere es, ich probiere es und nehme mir da jetzt aber 3x den Mac und sage ich auf St. Godot Bus 3. Ja, ich bin nicht sehr optimistisch, was das anbelangt, aber zuversichtlich, dass ich einen Tipp werde bekommen, wie ich das Problem hier besser lösen kann. Also, wo habe ich denn noch Probleme? Hier, überall, he? Das sind aber vor allem die Tram, die wir Sorgen machen. Komm, ich ersetze jetzt die Tram gleich. Wie alt bist du? Zeig mal, 24 Jahre, du würdest noch etwas durchhalten, wie alt bist du? Du hast ja keinen Passagier. 29 Jahre, du müsstest so oder so ersetzt werden. Also, hier reicht mir eine Million für die Strecke hier wahrscheinlich und dann brauche ich Äh... 680... 450'000... Plus... nochmal 550'000... Also nochmal eine Million... Ich brauche zwei Millionen, sonst muss ich da gar nicht auf den Zug umsteigen wollen. Äh... Profitierst du? Gist du mir... Gist du mir Geld? Und wenn ja, wieviel? 13'000... ja, nicht wirklich... Zweite Zuglinie... Nein, das... Äh... zweiter Zug auf der Linie... Nein, das lohnt sich nicht... Oder echt doch... Ich meine, ich habe da... Zeig mir das... 112 Leute, die warten... Dann habe ich da... Ui... Da habe ich noch mehr... 126 Leute, die warten... Und ich habe... Da... Jetzt 0... Nein, auch 47, die warten... Also ich müsste eigentlich einen zweiten Zug haben... Das Problem ist... 1,1 Millionen Dampflokki... Plus... 100... 500'000... Für die Wege... Da habe ich 50... 85... Ich meine... 6... Puh... 600'000... Also ich brauche... Ich brauche auch 2 Millionen, wenn ich einen neuen Zug einführen möchte... Eiii... Caramba... Mh... Moment... Es gibt ja noch einen neuen Zug... Der ist ein wenig günstiger, glaube ich... Aber auch nicht so schnell... Oh... Und wäre sogar noch günstiger auf den Betriebskosten her... Bis 1944... Ja... Okay... Das könnte man uns überlegen... 680'000... Plus... 700... 800... 800... 900... 1 Million... 1,1... 1,2... Da habe ich 6 Anhänger... 60... Und... 202... Das würde gehen... Okay... Das wäre jetzt der Fall... Okay... Machen wir... Zack... Kaufen... Zack... 1... 2... 3... 4... Scheisse... Okay... 5... 1... 2... 3... 4... 5... 50... 85... Nein... Ich brauche noch einen... Komm... Ich brauche Geld... Komm... Ich brauche Geld... Komm... 8... Lägt nicht... Lägt nicht... Lägt nicht... Oh... Und dann muss ich noch ein Signal setzen... Auuu... Komm... Mach... 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 ... Wir werden es sehen... Ganz einfach... Wir... Werdes... ...gesehen... Und ich werde noch sehen... Ob sich das wirklich... ...jetzt gelohnt hat... ...was ich da mache... Wieso musst du jetzt hier auf freien Weg warten? Ah, du bist dort unterwegs? Oh nein! Da habe ich dich völlig am falschen Ur gekauft. Oh Mist! Oh Mist! Grosse, grosse, grosse Fehler gemacht. Wenn sich das nur nicht rächt. Ich habe gemeint, du seigst auf dem Weg nach Bagnol-sur-Ges. Dafür bist du auf dem Weg nach Kachan. Sehr schlecht, sehr schlecht, sehr schlecht. Aber, weißt du was? Du musst jetzt gleich... Ist das hier anhalten? Du musst jetzt eben gleich schnell warten. Weil sonst geht es mir nicht auf. Und zwar wartest du bis der Zug... Auch, Autsch, Autsch, Autsch! Das tut weh, das tut weh. Das ist schmerzhaft. Zündlich. Abartig. Tief. Jaulend. Oh, 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 oh. Das gefällt gar nicht. Das gefällt gar nicht. Was mache ich? Ich lasse ihn jetzt hier mal laufen. Obwohl ich erst 25 Passagier habe. In Kachan. Nein, ich muss noch ein wenig warten. 25, 26. Ich muss schon mindestens 40 Leute dort haben. Ganz schlecht, ganz schlecht. Minus 800'000. Wie viel darf ich eigentlich im Minus sein, bevor ich Bankrot gehe? Ich weiss nicht, ich bin noch nie Bankrot gegangen. Ich habe keine Ahnung im Fall, wie viel darf ich wirklich Minus machen, bevor ich Bankrot gehe. Aber jetzt habe ich dort 400'000 bekommen. Und dort 300'000. Jetzt sieht es schon wieder anders aus. Also von Bankrot geheilt gar niemand mehr. Obwohl ich einen riesengrossen Fehler gemacht habe. Und zwar wirklich einen riesengrossen Fehler. Pfff, wenn das nur gut kommt. Wenn das nur gut kommt. Und... Wie ist eigentlich das? Nimmt... Das schaue ich jetzt gerade. Nimmst du eigentlich all diese mit? Also jetzt schnell. Du hast ja 85 Leute drin. Wirst du alle 85 ausladen. Und dann wieder 85 rein. Und dann fährst du zweimal halb leer. Und du ziemlich voll. Wow, 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 wow. Aber das mit der Streckeführung funktioniert, glaube ich, recht gut. Äh... Ja das funktioniert. Und jetzt können wir sogar beide zögern, gleichzeitig hier. Ah, okay. 167 dort. Und jetzt warten noch 90. Nimmst du jetzt die anderen 90 mit? 100.000 dort. Nein, du nimmst auch nur 70, äh, fast 60 mit. Äh, was? Hä? Ja, okay. Okay, okay. Ich habe gemeint, das sei eine gute Idee gewesen, aber es scheint so. Es wäre die Idee noch halb gut gewesen. Und halb gute Ideen... Nein, schau mal das an! I3 durch. Die machen einfach Minus. 40.000, alle zusammen. Alle zusammen. Ich check es nicht. Ey, jetzt echt, ich check es nicht. Da wartet nichts. Okay, da wartet 12. Und wo und wann kommt der Bus? Er kommt gar nicht. Brauche ich denn da noch mehr Busse? Ja, brauche ich. 89 Sekunden. Aber schau, den 45 Sekunden Takt, der bringt mir ja auch nichts. Also... AHHHHH! Ist ja zum... 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 Ja... Ich weiss nicht, zum was es das ist. Zum davon laufen. Da wartet einer jetzt. Da wartet 6. Also das... Die Linie, die muss doch profitabel sein. Echt jetzt? Vor allem, weil ich ja jetzt den Takt da halbiert habe... Nicht ganz halbiert. Aber 8 Minuten Takt führen wir da jetzt. Ich check es nicht. Ich check es wirklich nicht. Was mache ich falsch? Warum... Wird... Das... Dorf da... Einfach nicht Bus fahren? Führe ich denn meine Busse so in der Scheisse rum oder was? Da glaube ich einfach nicht. So schlecht... Spiele ich das Spiel also nicht. Aber das mit dem zweiten Zug, das ist eine schlechte Idee gewesen. Weil jetzt sind beide Züge einmal nur halb voll. Sie kosten mir zu viel Unterhalt und geben mir zu wenig Geld ein. Und der Bahnhof kann sich gar nicht mehr so füllen wie... Wie... Wie einer Müsse. Mäh... 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 Ah, schau, ich habe hier noch einen zum Verkaufen. Den gibt mir wieder Geld. Yeah! Ich will gar nicht wissen wie viel. Mäh... 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 Mäh...